Willkommen zurück bei Super Mario Maker 2 In so einen Rätsel oder von so einem Typ? Oh, das ist ein Rätsel. Oh! Wenn wir ein Rätsel und die Rätsel wiederholen, dann können wir ein Rätsel wiederholen. Oh! Ja, das stimmt. Oh, 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 das stimmt. Ok, das sieht doch nicht einmal so schlecht aus. Er fordert ein kleines, sonst gibt es nicht mehr die Trationen, aber du. Jetzt, der Beweis, dass Münzen global geladen werden. Die beiden sind noch übrig. Jetzt werden genau die beiden, die noch übrig bleiben. Und Check Point! Kann man ja jedes Mal wieder aktivieren? Eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich trockenknochen will. Ah! Sehen Sie? Genau, die beiden Münzen sind noch da. Jetzt tun wir die genau über die Tür. Anscheinend wird der Check Point tatsächlich nur einmal aktiviert. Es gibt irgendeine Möglichkeit, so einen mehrmals zu aktivieren. Aber ich heisse wie... ... 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 Das ist schön! Zum Glück habe ich jetzt viel überdruckt, ja? Ja! Da ist der Unterschied von den beiden so gering, dass es gar nicht aufhaut, dass das verschiedene sind. Und von Mario und dem Luigi. Ah, komm schon! Ah! Ja super, weisst du, ich kann natürlich auch sterben. Das geht auch. Jetzt mache ich den einfach als erstes direkt. Das geht auch. Du 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 du. Oh! Hm. hmm oh 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 hmm 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 Untertitelung des ZDF, 2020